Im Rahmen des Projektes Das Auto als Kommunikationsplattform der Zukunft beschäftigt sich meine Arbeitsgruppe mit der Frage, wie durch synthetische Klangerzeugung im Kraftfahrzeug die auditive Kommunikation unterstützt werden kann. Die auditive Kommunikation des Fahrzeuges kann sich sowohl nach außen an andere Verkehrsteilnehmer richten als auch nach innen an die Fahrzeuginsassen. In der Fahrzeugkommunikation nach innen werden bereits heute viele akustische Signale synthetisch modelliert. Nachdem seit vielen Jahren der Fahrtrichtungsanzeiger nicht mehr mit Relais geschaltet wird, erzeugt man das typische Relais-Klicken heute synthetisch. Weiterhin ist denkbar, den tatsächlich vorhandenen technischen Geräuschen, wie etwa dem Rauschen der Klimaanlage oder dem Motorengeräusch des elektrischen Fensterhebers, zusätzlich einen synthetischen Klang zu überlagern, um im Sinne einer wertigeren Benutzererfahrung das vom Passagier wahrgenommene Klangbild in einem hybriden Sounddesign neu zu gestalten. In der Fahrzeugkommunikation nach außen denkt man als erstes an die Hupe, die allerdings nur konkreten Gefahrensituationen zum Einsatz kommt. Ständig aktiv ist das Motorengeräusch, das am Straßenverkehr teilnehmenden Fußgängern und Fahrradfahrern indirekt wertvolle Informationen über Fahrtrichtung, Geschwindigkeit und Geschwindigkeitsänderungen des Fahrzeuges gibt. Im Fall von Elektrofahrzeugen fehlt das bekannte Geräusch von Verbrennungsmotoren, sodass inzwischen Vorschriften erlassen wurden, dass bei niedrigen gefahrenen Geschwindigkeiten ein synthetisch erzeugter Klang nach außen abgegeben werden muss. Derartige Systeme werden Acoustic Vehicle Alerting System, kurz AWAS genannt. Im Folgenden wollen wir die Ergebnisse unserer Forschungen zum Sounddesign für ein AWAS vorstellen. Bei der Entwicklung eines AWAS-Sounds sind mehrere Faktoren zu beachten. Dazu gehören die Verordnungen der EU und der UNECE, der Wirtschaftskommission für Europa der Vereinten Nationen. Relevant sind hierbei die EU-Verordnungen 2017-15-76 und die EU-Verordnung 540-2014 sowie die Verordnung Nummer 138 der UNECE. Diese fordern unter anderem, dass das AWAS von 0 bis 20 kmh Fahrtgeschwindigkeit aktiv sein muss. Zudem muss das abgegebene Geräusch ein Dauerschaltzeichen sein, dessen Tonhöhe und Lautstärke sich synchron zur Fahrgeschwindigkeit ändert. Das Geräusch soll zudem mit dem Klang eines Fahrzeugs mit Verbrennungsmotor ähnlicher Fahrzeugklasse vergleichbar sein. Dabei sollen auch Frequenzen unter 1600 Hz enthalten sein. Da das AWAS-Geräusch mit dem eines konventionellen Fahrzeugs vergleichbar sein soll, liegt die Analyse herkömmlicher Fahrzeuggeräusche als erster Schritt nahe. So bestehen Fahrzeuggeräusche generell aus drei Komponenten. Dem Antriebsgeräusch, dem Rollgeräusch und dem Windgeräusch. Dabei ist das Antriebsgeräusch bei etwa 0 bis 30 kmh dominant, das Rollgeräusch bei 30 bis 50 kmh und das Windgeräusch ab etwa 50 kmh. Bei Elektro- und Hybridfahrzeugen ist das Antriebsgeräusch kaum wahrnehmbar, weshalb diese bei niedrigen Geschwindigkeiten zu leise sind. Das AWAS soll demzufolge fehlende Antriebsgeräusche ersetzen. Bei der Entwicklung eines synthetischen Motorgeräusches spielen die Motorordnung eine wichtige Rolle. Dabei handelt es sich um Drehfrequenzen des Motors. Diese werden mit Ordnungszahlen beschrieben, bei denen es sich um ganz- und halbzahlige Vielfache handelt. Die Frequenz der ersten Motorordnung entspricht dabei der Frequenz der Motordrehzahl. Daneben gibt es noch die sogenannte Grundordnung. Diese ist abhängig von der Zylinderzahl. Sie ist die dominierende Ordnung und ihre Ordnungszahl entspricht stets der Hälfte der Zylinderzahl. Die im Motorgeräusch vorkommenden Motorordnungen beeinflussen dessen Klangcharakter. Gerade ganzzeilige Ordnungen werden mit Luxuriosität assoziiert. Ungerade und halbzeilige Ordnungen dagegen mit Sportlichkeit. Die Motorordnungen können mittels sogenannter Campbell-Diagramme sichtbar gemacht werden. Dafür wird eine Spektralanalyse durchgeführt und die Intensitätsverteilung des Schals wird über die Drehzahl und dem Frequenzspektrum aufgetragen. Drehzahl und Frequenzen werden jeweils durch eine der beiden Achsen angezeigt. Die Werte des Schalldruckpegels werden durch verschiedene Farben dargestellt. Die schräg verlaufenden Linien entsprechen dabei den jeweiligen Motorordnungen. Das gezeigte Campbell-Diagramm zeigt das Spektrum des Grundmodells für die Soundentwicklung. Dieses wurde auf Basis der Motorordnungen erstellt. Es besteht aus zwölf Motorordnungen, deren Frequenz von der jeweiligen Drehzahl abhängig ist. Erzeugt wurde das Modell mittels der Digital Signal Processing Software Reaktor 6 von Native Instruments. Dabei wurde auf additive Klangsynthese zurückgegriffen. Bei dieser werden mehrere Sinusschwingungen miteinander addiert, um den gewünschten Klang zu erzeugen. Im weiteren Verlauf der Entwicklung des Modells kam zudem noch subtraktive und Frequenzmodulationsynthese zum Einsatz. Diese wurde mittels Filter und Effekte realisiert, die das Klangbild des Ava-Sounds verbessert haben. Marlies Körner und ich verfolgten hierfür unterschiedliche Ansätze. Ziel meines Ansatzes war es, das Geräusch eines Verbrennungsmotors möglichst realistisch nachzubauen. Das synthetische Warnsignal wurde hierfür in zwei Ausführungen entwickelt. Es simuliert jeweils den Motorsound eines Sechs- und eines Achtzylindermotors in Abhängigkeit unterschiedlich aktivierter Motorordnungen. Beide Varianten bestehen aus einem Grundmodell, das die drehzahlabhängige Amplituden- und Frequenzdarstellung der klangprägenden Motorordnungen nachstellt, sowie einer Implementierung verschiedener Reaktorblocks zur Modifikation des Grundsignals. Durch das Wirken der verschiedenen Reaktorblocks, welche auf Grundlage der subtraktiven und frequenzmodellierenden Klangsynthese arbeiten, wurde eine möglichst realitätsnahe Simulation zweier Verbrennungsmotoren vermöglicht. Das Sechszylinder-Klangmodell setzt sich dabei aus einer Kombination der simulierten 1,5., 3., 4., 4., 5., 6., 7., 5., 8., 9., 10., 5. und 12. Motorordnungen zusammen und erzeugt einen luxuriös klingenden Motorsound. «Kalant und freundlichität,esterolent einsatzenthalung quarterd Village, kurte Ere verbrennungsvollen hollow und�ng zigz esqu wenn die durch die deceased – H Likewise, purs numerical diundene wird Sounds geèmert – klingend sex als Es geht um und Fehler réal mean sans Z'Desk Freund hefter Dosierk des Dr. Volk fühle years Das 8-Zylinder-Klangmodell setzt sich aus einer Kombination der simulierten 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5, 6,5, 7,5 und 8 Motorordnungen zusammen und erzeugt aufgrund seiner mehrheitlich halbzahligen Ordnungen einen sportlich klingenden Motorsound. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um ein möglichst real klingendes Motorgeräusch synthetisch nachbauen zu können, ist es vor allem wichtig, ein für Verbrennungsmotoren typisches Wummen nachzubilden. Dieser Effekt wird durch den Einsatz einer frequenzbasierten Modulation realisiert. Der hierfür zum Einsatz kommende Reaktorblock besteht dabei grundlegend aus einem Sinus-Oszillator, der wechselhaft zwischen einer Frequenz A und einer Frequenz B schaltet. Die Differenz der beiden Frequenzen beträgt hierbei 4 Hz, bei der es sich um die am stärksten vom menschlichen Gehör wahrnehmbare Modulationsfrequenz handelt, die gleichzeitig ein prägnantes Wummen erzeugt. Innerhalb der beiden Klangmodelle werden zusätzlich zu den gezielt aktivierten Motorordnungen weitere Ordnungen durch den Einsatz der verschiedenen Reaktorblocks simuliert. Diese zusätzlichen Motorordnungen überschneiden sich teilweise mit dem bisherigen und erzeugen dadurch Soundanteile, die das Motorgeräusches erhöhen. Insgesamt wurde das vom Grundmodell ausgehende Signal in vier Soundstränge unterteilt. Jeder einzelne Soundstrang simuliert dabei eine jeweils unterschiedlich klingende Soundeigenschaft, die beim gleichzeitigen Zusammenwirken das Klangspektrum voluminöser gestaltet. Mein Ansatz verfolgt das Ziel, einen eigenen Sound für Hybrid- und Elektrofahrzeuge zu gestalten. Dieser sollte die Elektromobilität hörbar machen, aber auch als Fahrzeug erkennbar bleiben. Dafür habe ich verschiedene Elemente, die mit der Elektromobilität assoziiert werden, als Grundlage genommen. Fokussiert habe ich mich hierbei auf futuristisch innovativ, elektrisch, was auch den Umweltaspekt beinhaltet, sowie das Gefühl, dass Elektroautos lautlos durch die Straßen schweben. Der futuristisch innovative Aspekt wurde aufgegriffen, indem Filter und Effekte in der Signalverarbeitungskette verwendet wurden, die nicht typisch nach Fahrzeug klingen, sondern an Science-Fiction-Filme erinnern. Wichtig war hierbei zu beachten, dass diese nicht zu senden vor der Grund treten. Beim Aspekt der Elektrizität gibt es zwei Größen, die sich besonders dafür eignen, Elektrizität hörbar zu machen. Die eine ist die Netzwechselfrequenz des Wechselstromnetzes. Diese beträgt in Europa 50 Hertz und liegt im für Menschen hörbaren Frequenzbereich. Die andere ist das Brummen von Hochspannungsleitungen. Dieses liegt bei etwa 100 Hertz. Es ist das doppelte in der Netzwechselfrequenz und ebenfalls für Menschen hörbar. Zudem wird es beim Hören bereits mit Elektrizität assoziiert. Im entwickelten Sound sollen also diese beiden Frequenzen konstant hörbar sein. Der Aspekt des Schwebens und der ruhigen Dahingleitens wurde mit einem an- und abschwellenden Lautstärke erzeugt, wodurch der Sound an sich zu schweben scheint. Damit dabei der Eindruck eines Fahrzeugs erhalten bleibt, wurden die bereits erwähnten Motorordnungen eingesetzt. Für jeden dieser Aspekte wurde ein eigenes Element aus Filtern und Elementen in den Reaktor erstellt. Diese wurden dann in zwei Varianten miteinander kombiniert. Bei der ersten Variante, Soundvision 1, wurden alle Elemente parallel verwendet und zusammengemischt. Dessen Spektrum ist jeweils für den linken und rechten Kanal als Kempel-Diagramm zu sehen. Die waagrechten grünen Linien sind dabei die konstanten Frequenzbänder bei 50 und 100 Hertz. Die aufsteigenden grünen und orangen Linien zeigen die Motorordnungen. Zudem sind die Spektren der beiden Kanäle leicht unterschiedlich. Soundvision 1 hört sich wie folgt an. Soundvision 1 hört sich wie folgt an. Man kann also sowohl das konstante Brummen als auch die ansteigenden Motorordnungen hören. Bei der zweiten Variante, Soundvision 2, wurde das Element, das den schwebenden Aspekt nachbildet, nach den anderen beiden in der Signalverarbeitung verwendet. In dessen Spektrum sind die Bänder bei 50 und 100 Hertz deutlicher zu erkennen. Die Motorordnungen hingegen sind etwas undeutlicher. Auffällig ist hier die Struktur aus einzelnen kleinen Linien. Bestimmte Frequenzen sind also für eine Drehzahl vorhanden, für eine benachbarte aber nicht. Auch bei diesem Sound sind leichte Unterschiede zwischen linken und rechten Kanal zu erkennen. Soundvision 2 klingt wie folgend. Soundvision 2 klingt wie folgend. Auch hier sind die gleichbleibenden Frequenzen zu hören. Die Motorordnungen erscheinen etwas schwächer. Allgemein klingt diese Variante aber etwas experimenteller und futuristischer. Die digitale Sound-Synthese bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, einen synthetischen Sound zu generieren. Diese Möglichkeit und Qualität der Audiosignale erfordert eine hohe Rechenleistung und Speicherkapazität, welche in einem PKW nicht bereitgestellt werden kann. Hierfür muss mittels Middleware eine möglichst gleichwertige, komprimierte Version des Audiosignals erzeugt werden. Eine Möglichkeit ist, das gewünschte Signal in einzelne sogenannte Samples zu unterteilen. Als Beispiel nehmen wir hierfür den Sound eines Autos, welcher sich bei unterschiedlicher Drehzahl in der Tonhöhe verändert. Es wurde entschieden, den Autosound in einer Drehzahlschrittweite von 500 RPM aufzunehmen. Der Drehzahlbereich reicht von 0 bis 5000 RPM und benötigt somit 10 unterschiedliche Aufnahmen, welche in einer Audio-Editing-Software, kurz DAW, aufzubereiten sind. Die Samples werden mit dem integrierten Recorder-Tool Recorder im Stereo-Wave-Format bei einer Sampling-Rate von 44,1 kHz und 16-Bit-Auflösung aufgenommen. In unserer Anwendung weisen die Stereo-Aufnahmen aus Reaktor teilweise einen Phasenversatz des linken und rechten Audio-Kanals auf. Dieser Versatz hat zur Folge, dass kein Null-Durchgangsschnitt am Audiosignal durchgeführt werden kann. Dieser Null-Durchgangsschnitt wird benötigt, um unangenehmes Knacksen bei der Wiedergabe zu eliminieren, was für einen Sound im Loop, also in Dauerschleife, essentiell ist. Das Audiosignal muss hierfür zuerst in ein Monosignal umgewandelt werden, dann auf eine möglichst geringe Länge im Null-Durchgang geschnitten werden und im Anschluss wieder in ein Stereo-Signal umgewandelt werden. Diese Schritte werden benötigt, um die Qualität des Audiosignals zu gewährleisten. An diesem Audiosignal-Beispiel erkennt man die wichtigsten Anforderungen an einen Audioschnitt. Das Signal zeigt den lautstärke Verlauf der Audiodatei. Nun ist es wichtig, bei einem Null-Durchgang zu schneiden, damit ein zu schneller Lautstärkeanstieg verhindert wird. Aus dem Grund, dass so ein Sprung ein unangenehmes Knacksen erzeugt, ist dies auf jeden Fall zu verhindern. Die minimale Länge des Samples zeigt eine Periode des Signals, welche benötigt wird, dass sich das Signal in einem Loop befinden soll. Eine zu kurze Loop-Länge kann zusätzlich eine Tonhöhenveränderung zur Folge haben. Um eine Tonhöhenveränderung auf jeden Fall zu verhindern, wird eine Audiolänge von ca. 2 Sekunden empfohlen. Für die Erzeugung des Motorsounds aus den einzelnen Samples nutzt man eine Middleware, die man hauptsächlich in der Spieleindustrie verwendet. Da hier jedoch genauso wie in Spielen ein gezieltes Abspielen des Sounds benötigt wird, ist diese Software für diese Aufgabe passend. Um nun einen Sound zu erzeugen, muss man zuerst alle geschnittenen Samples in ein neu erzeugtes Projekt hineinladen. Dazu wird in der Software eine Art Ordner erstellt, damit man nicht den Überblick verliert, sobald man mit mehreren Sounds arbeitet. Es ist nun möglich, jedes RPM-Sample einzeln abzuspielen. Da der Sound der Samples jetzt noch sehr monoton klingt und man später einen sauberen Übergang der zusammengehängten Samples haben will, wird eine virtuell ansteigende Drehzahl erzeugt. Dazu verwendet man eine sogenannte RT-PC-Curve, die in jedes Sample integriert wird. Dazu wird in diesem Tool ein Koordinatensystem mit zwei Achsen angelegt. Auf der X-Achse wird der gewünschte Drehzahlbereich eingestellt. In unserem Fall wäre dies 0-5000 RPM. Auf der Y-Achse wird der Voice Bridge angelegt, der dafür sorgt, dass die Drehzahl des Samples virtuell ansteigt bzw. sinkt. Zusätzlich wird noch ein Schieberegler hinzugefügt, mit dem man die erzeugte RT-PC-Curve über den RPM-Bereich regeln kann. Um die eigentliche Kurve für den Drehzahlanstieg zu erzeugen, nutzt man die Möglichkeit einer automatisch generierten Smart-Pitch-Curve. Hier muss man nur die eigentliche Drehzahl des Samples und die Anzahl der erzeugten Punkte auf der Kurve angeben, um diese zu erzeugen. Es ist möglich, jeden einzelnen Punkt für den Drehzahlbereich auch von Hand zu berechnen. Dies würde jedoch für alle Samples zu viel Zeit kosten und man hätte am Ende den gleichen Effekt wie mit der Smart-Pitch-Curve. Nachdem man jedes einzelne Sample mit einer RT-PC ausgestattet hat, setzt man im nächsten Schritt alle Samples zusammen, um den kompletten Motorsound zu erzeugen. Dazu wird ein Blend-Track-Editor verwendet. Hier wird jedes Sample beginnend mit dem 500er-RPM-Sample hineingezogen und aneinander gehängt. Auch hier sind wieder zwei Achsen vorhanden. Auf der X-Achse ist wieder die RPM aufgetragen. Die Y-Achse zeigt diesmal jedoch das Crossfade-Volume. Dies sorgt später dafür, dass man einen kaum hörbaren Übergang der aneinander gehängten Samples hat. Sobald alle benötigten Samples im Editor vorhanden sind, müssen wir als nächstes die Breite der Samples bestimmen. Dies ist wichtig, da man das 500er-RPM-Sample beispielsweise nicht über 1200 RPM hören will. Gleichzeitig will man aber auch, dass das 1000er-RPM-Sample schon ab ca. 800 RPM zu hören ist. In diesem Bereich benötigt man nun das Crossfading. Es sorgt dafür, dass beide Samples so abgemischt werden, dass das 500er-Sample von 800 bis 1200 RPM immer leiser wird und das 1000er-Sample ab 800 RPM zunehmend lauter wird, bis die Standard-Lautstärke wieder erreicht ist. Ein Problem, welches während des Crossfading zu beachten ist, ist das Entstehen von Schwebungen. Diese kommen zustande, sobald die Übergänge zu groß gestaltet werden und sorgen dafür, dass große Schwankungen in der Lautstärke entstehen. Auch darf man den Übergang nicht zu klein gestalten, da es an Sprünge in der Tonhöhe entstehen. Da man während des Crossfadings der Übergänge teilweise immer noch leichte Probleme mit einer gleichbleibenden Lautstärke hat, bearbeitet man diese zusätzlich noch mit einer Lautstärkeanpassung, bis wir eine gleichbleibende Gesamtlautstärke über den kompletten Drehzahlbereich erhalten. Drehzahlbereich 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Hinweissignale sind immer gelb dargestellt, das kann zum Beispiel sein, dass der Wischwasserbehälter leer ist. Möchte man abbiegen, gibt es einen Fahrtrichtungsanzeiger. Die Bremskraft und die daraus resultierende Verzögerung wird über die Breite des Lichtbandes angezeigt. Je nach Außentemperatur passt sich die Farbe des Lichtbandes an, wird das Elektrofahrzeug aufgeladen, auch dafür ist ein Signal vorgesehen und für Telefonanrufe ebenso. Einen Partymodus haben wir hier umgesetzt und ein Spiel, falls das Fahrzeug gerade autonom fährt, muss der Fahrer in eine Situation gehalten werden, wo er schnell in den Straßenverkehr wieder eingreifen kann, die Hände am Lenkrad hält und um das dem Fahrer möglichst unterhaltsam zu gestalten, haben wir hier ein Pongspiel umgesetzt. Also machen wir hier ein Pongspiel. Ich möchte jemanden die Begratung durchs Normal. Schnell, ich bin mir hier ein Pongspiel und ich bin dann ein Pongspiel. Ich möchte jetzt nicht, wenn er das zu einem Fall hat, was die Begratung nirgends gibt, sondern ich möchte das ein Sammelsis abhalten, wo ich das erste Mal aussprechen und mache es gerne, weil ich etwas hinseitieren kann. Vielen Dank. Wie wird das Fahrerlebnis vollständig ändern? Leicht heißt auch wieder Geräusche werden nicht so ideal gedämmt werden und da beschäftigen uns gerade mit der Fragestellung, wie wir durch künstlich erzeugte Geräusche, die angenehm sind, die auch noch vielleicht Informationen transportieren, die Geräusche, die im Fahrzeug unweigerlich vorhanden sind, zum Beispiel das Geräusch eines elektrischen Fensterhebers, der betätigt wird. Und wenn man steht, weil man gerade irgendwie ein Parkticket ziehen möchte und den Fenster hier runterlässt, dass man diese Geräusche durch künstlich erzeugte Geräusche, synthetisch erzeugte Geräusche ein wenig kaschiert und damit eine besonders gute Nutzererfahrung ermöglicht. Oder eine Klimaanlage. Das Rauschen der Klimaanlage im Sommer wird auch heute zum Teil vom Fahrzeugmotorgeräusch überdeckt. Jetzt fahre ich in der Stadt mit 40, man hört den Verbrenner nicht mehr, weil man Elektromotor hat. Und jetzt kann man sich überlegen, ob man durch ein Meeresrauschen oder andere Geräusche einen Klang überlagert und damit auch die Nutzererfahrung verbessert für den Fahrer. Ja, das sind Fragen, mit denen wir uns momentan beschäftigen. Das hat jetzt nichts mit der Antriebstechnik direkt zu tun, aber wenn man jetzt das Antriebskonzept wechselt, entstehen natürlich neue Themen, die interessant sind und da stürzen wir uns drauf. Vielen Dank. Vielen Dank.